Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Comic-Review hier auf GeekRigie, dem Nerd-Kanal. Wir haben heute eine Premiere, denn wir haben heute einen Verlag am Start, den wir bis jetzt noch nicht hatten. Und zwar... Bunte Dimensionen. So sieht es mal aus. Was haben wir denn von Bunte Dimensionen bekommen? Der Mann mit der Maske. Band 1, Anno Berlin. Und Bekommen ist auch das richtige Stichwort. Wir bedanken uns auch bei Bunte Dimensionen für dieses Rezensionsexemplar. Genau, vielen herzlichen Dank. Wir haben 45 Seiten ungefähr für 15 Euro. Hardcover. Hardcover. Schön. Sieht gut aus. Schönes Cover, danke. Geschrieben wurde das Ganze von Serge Lehmann und gezeichnet wurde es von Stéphane Kreti. Kreti, 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 Kreti. Stellt euch einfach Französisch vor. Kretin. Du, Kretin. Genau. Das Ganze beginnt mit einer Story über den Sergeant, wie heißt er? Sergeant, ich muss es nachdenken. Frank Brefford. Danke. Im Kaukasus ein Kriegseinsatz. Es fängt damit an, dass die Erde seit einer gewissen Zeit, also dass es da seltsame Anomalien gibt, die nicht erklärbar sind. Und in diesem Kriegseinsatz im Kaukasus treffen sie auf so eine Anomalie und wollen die gerade untersuchen, beziehungsweise weiterfunken, dass sie da was gefunden haben und werden dann von einer ultra krassen Roboter-Maschine halt angegriffen. Die halbe Truppe geht drauf. Er wird schwer verletzt, fällt ins Koma, beziehungsweise landet im Krankenhaus und ich wollte noch darauf eingehen, als letztes sehen sie Superman wegfliegen oder was soll das sein? Wir müssen mal kurz hier, schau. Ein Mann im Cape halt. Am Ende sehen sie einen Mann im Cape wegfliegen und da gibt es eine riesige Explosion und er fällt ins Koma und dann machen wir einen Zeitsprung über einen gewissen Zeitraum. Genau. Landen in Paris, der, ja ich sag mal, nahen Zukunft. Ja, schon. Eine riesige, boomende Stadt, schön dargestellt, also auch zeichnerisch. Richtig, ja. Und läuft dann so ab, dass er quasi kontaktiert wird. Genau. Von einem Mann? Oder einem Kumpel oder was ist das? Mit dem hat er früher irgendwie was zu tun gehabt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob der mit aus der Armee war. Jedenfalls, doch, ich glaube schon, der war bei ihm auch in der Armee irgendwie. Und er soll dafür irgendwas angeheuert werden, wo er jetzt auch noch nicht so genau weiß. Er soll da halt quasi, ja so eine Art Bodyguard vielleicht. Ja, sowas halt. Das ist alles ein bisschen schwammig halt auch, ne? Ja, interessanterweise kommt dazu auch, dass dieser Zeitsprung zwischen dem Kampfeinsatz und er wird quasi wieder rekrutiert, der wird durch ein, ja ich sag mal, Telefonat unterbrochen, wo so ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte, oder nein, anders. Ja. Es wird die Hintergrundgeschichte angerissen, man wird halt so richtig eingefixt. Und zwar dieser Vorfall mit dem Typen, mit dem Kamp, keine Ahnung. Ja. Weiß man nicht. Jedenfalls, dieser Vorfall war irgendwie komisch und muss weiter untersucht werden und es schlägt anscheinend höhere Wellen, als man das gerne so hätte. Und deswegen, ja. Jedenfalls, gerade als es richtig spannend wird oder bevor es eigentlich so richtig hundertprozentig spannend wird, kommt der Cut. Wir sehen quasi, wie er rekrutiert wird. Genau. Und so weiter wird halt halt quasi vorgestellt. Wir müssen nicht kleinen Dingens... Richtig. Ihr müsst sie auch noch selber lesen wollen. Auf jeden Fall. Und im Endeffekt landet er dann in einem Labor. Das ist jetzt ein großer Sprung, genau. Rechtzeitig zu einem Experiment. Genau. Das Experiment Möhrer. Ist ein Experiment, das ist ganz interessant. Vor allem, wenn ihr das lesen wollt. Die Story selber, ich finde sie gut aufgebaut. Sie ist nicht chaotisch, sie ist sehr schön gegliedert. Man kommt gut rein. Auch wenn man jetzt ein Anfänger wäre, sage ich mal, im Comic lesen oder Novel lesen. Das überfordert die jetzt nicht. Macht Spaß zu lesen. Es endet mit einem fiesen Cliffhanger, der Bock auf mehr macht. Auf jeden Fall. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht. Es ist schnell gelesen. Stimmt. Dementsprechend passiert auch eigentlich gar nicht so wirklich viel. Es ist eine kurze Story, ja, das stimmt schon. Aber es ist das Coole halt auch wieder, das ist so ein typisches Buch, wo man halt, wenn du in der Arbeit bist, in der Mittagspause mal kurz lesen kannst, dass du, selbst wenn du langsam liest, brauchst du vielleicht eine Stunde, wenn überhaupt. Also das hast du schnell durch. Für zwischendurch finde ich das echt gut. Richtig, ja. Bei mir ist immer das Problem, wenn so wenig in einem Band drin steckt, da ist es manchmal schwer, mich dann quasi anzufixen. Ja, klar. Aber ich meine, ich weiß das auch zu schätzen und auch zu würdigen, dass man ja auch die ganzen Charaktere auch erst mal vorstellen muss. Das ist ja. Das ist nicht wie bei einer Kurzgeschichte, dass du einfach deine Geschichte erlebst und fertig. Ja. Sondern du musst diese Charaktere ja über einen gewissen Zeitraum begleiten. Richtig. Über drei, sechs, zwölf, achtzehn Bände, keine Ahnung, whatever. Dementsprechend braucht es halt auch einfach so einen langsamen Einstiegsband. Das hatten wir zum Beispiel auch bei Black Sad. Ja. Wo der erste Band auch relativ mau verlaufen ist. Ja, stimmt schon. Die anderen waren dann Action-Weicher. Das ist schon ein guter Vergleich, ja. Aber es macht auf alle Fälle, es liefert auf alle Fälle genügend, damit ich sage, okay, ich will bis nicht weitergehen. Genau. Ich will den zweiten noch sehen. Ja. Mindestens. Liegt aber jetzt bei mir auch ganz hart an der Story, weil es auch so ein bisschen Sci-Fi angehaucht ist und sowas. Für mich ist das Gesamtpaket sehr passend. Ich habe die Befürchtung, dass es in eine Richtung geht, die ich nicht so mag, aber das wird sich dann halt erst mit Band 2 oder 3 zeigen. Das werden wir sehen. Aber bis jetzt finde ich es gut. Die Zeichnungen finde ich sehr gut. Die sind echt in Ordnung. Zeigen wir mal kurz was. Hier so. Ja. Gleich aus der. Es ist halt nicht so cartoony, es ist eher so real gehalten. Realzeichnungen, also sind schön gemacht. Die Kolorierungen sind auch toll. Das Ambiente, das kommt alles gut rüber. Super gemacht. Kann ich nichts aussetzen, gell? Also mein Geschmack trifft es gut. Das stimmt ja. Ja. Was ich auch ganz witzig finde. Und oftmals hat man jetzt ja auch in den Comics, die wir jetzt in letzter Zeit gelesen haben, hinten drin irgendwelche Konzeptzeichnungen, alternative Cover, bla, Zeug. Oder halt Infos. Oder Infos. Und genau das haben wir jetzt hier auch. Und zwar wird hier die Geschichte ein bisschen weitergesponnen. Und zwar wird er... Genau, mit den Fingern gespoilert. Ah, du legst da einen Pixelfilter drüber. Alles kein Thema. Und zwar wird er quasi mit einem Zeitungsartikel so ein bisschen die Geschichte nochmal ein kleines bisschen vorangetrieben und von der anderen Seite nochmal beleuchtet. Vor allem, was wir vielleicht noch gar nicht so erklärt haben, diese Anomalien. Das Interessante ist einfach, dass die Anomalien halt selber auch nicht wirklich erklärbar sind für die Leute im Comic. Deswegen können wir jetzt euch auch nicht erklären, was eine Anomalie ist. Es ist einfach nur das, dass irgendwie... Es hat was mit... ...mit Energie zu tun. Und dass Gerätschaften oder Roboter oder sonst irgendwas darauf auf jeden Fall reagieren. Genau, lassen wir es mal so stehen. Und das lassen wir jetzt so stehen im Raum, genau. Ja, ist so. Ja. Weil selbst die Leute im Comic selber, also in der Geschichte, kann es auch nicht wirklich erklärt... ...also bis jetzt noch nicht erklärt werden. Der Mann mit der Maske. Ja, hat Spaß gemacht. Freuten wir auf den zweiten Teil. Ich würde sagen, von uns war es das. Alle, die bis jetzt dabei waren. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei wart. Abo-Knopf nicht vergessen. Die Glocke nicht vergessen. Ich muss das immer sagen, weil sonst... Ich bin selber so einer. Der guckt sich nur Videos an und sagt dann... Ja, danke, klick weg. Ich kenne die Glocke auch nicht, aber okay. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Genau. Bleibt sauber da draußen und ja, bis demnächst. Auf Wiederhören. Tschüss.